Willkommen, gute Leute. Wir grüßen euch recht herzlich in dieser Blütenprache. Das ist toll, es ist so. Unglaublich, ne? Super, super, super. Unglaublich, ja, 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 ja. Ja, der Frühling. Auch heute ist ein bisschen bedeckt. Ja, ja. Aber wunderschön, ja. Und wunderschön. Und die Glocken klingen auch. Die Glocken, ja, das ist für meine Freundin crazy, da wird dann immer noch mal die Kirche. Richtig, ja. Aber das Leben ist für die Lebenden, ne? Ja. Wie wir das Leben gestalten, ne? Und wie wir miteinander besser. Du hast jetzt wieder, du bist ja Supermama. Ich hab dir so einen kleinen Kot geschenkt. Ja, zeig mal. Hab ich bekommen, Supermama, ne? Das kann man jetzt mal, ich hol mal, ne? Ja, hol mal. Kannst du kurz noch sagen, wenn du willst? Ja, ja, ja. Den hatte ich gefunden, ne? Ja, toll. Supermama, hab ich gedacht, das bist du auch manchmal, ne? Supermama, Supermama. Ich bin ja auch hier, um das wirklich auszuarbeiten, ne? Ich bin das nicht allein. Ja, natürlich, auf keinen Fall, ne? Wir sind ja hier zusammen, miteinander. Ja. Wir sind ja eigentlich hier in der Welt, um einander zu helfen. Müsstest du das, ne? Ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Aber... Ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass ich alles das nicht mehr so kann. Ja, ja, ja. Ja, klar. Ja. Ich meine, ich kann noch sehr, sehr viel und bin glücklich darüber. Genau. Und darüber bin ich sehr glücklich, dass ich eben noch so viel kann, ne? Richtig, ja, auf jeden Fall. In meinem Alter. Ja, aber manchmal ist es auch weniger, es ist manchmal auch gut. Und das machst du ja auch einfach mal in der Ruhe zu sein und im Jetzt zu sein und sich entspannen und was irgendwie aufnehmen und anstatt immer zu machen und tun. Und man will immer machen, ne? Mach, mach, mach. Das habe ich aber schon abgewöhnt, Chris. Und ich bin aber sehr unglücklich darüber, dass ich denke, was alles gemacht wird. Richtig, aber deshalb, deshalb sage ich ja. Es ist nicht um das Machen, es ist einfach das... Und es ist nicht, das wird alles, ne? Alles gut, ne? Okay? Alles gut, ich hoffe. Guck dir das an, du siehst wunderschön. Wir sind wunderschön. Wir sind wunderschön. Meine Mama, wir lieben euch, wir grüßen euch, ne? Wir würden uns super freuen von euch mal zu hören, vielleicht euch auch mal zu sehen, auch hier in Nackenheim oder online. Ja, das wäre schön, ne? Schauen wir mal, ne? Alles Gute, liebe Grüße, schöne Zeit, ne? Wir wünschen euch einen tollen Mai. Ja, toll. Das ist ja auch der... Dein Mann hat ja am 9., ne? Und dein Vater. Ihr Mann ist ja mein Vater, ne? Und mein Vater, ne? Aber du sprichst zu mir mit deinem Mann. Dein Mann hat gewohnt, mein Vater, ja, am 9. Mai, ne? Ja, der fängt immer an. Und der andere Bruder, der ist ja am 22. Mai. Das ist ja interessant. Die sind ja beide im Mai, wir sind beide im Juni. Das ist ja interessant, ne? Ja, ja, aber der fängt immer an. Und du bist ja 33, ich bin 66, er ist 1920, mein Bruder ist 1960. Das ist interessant, ne? 33, 66. Unheimlich, unheimlich. Und genauso wie mit dem Geburtstag. Ja. Du bist am 19., ich habe am 4., 19 plus 4 ist 23, da haben die Zwillinge Geburtstag. Das ist nicht so voll. Unglaublich, ne? Das haben wir, ne? Also alles hat irgendwie... Ja, ja, hat seinen Sinn. Ja, ja, auf jeden Fall. Und eine tiefgründigere Bewandtnis. Das glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist interessant, da hinzugucken, ne? Aber das ist schön, wenn man diese Begabung hat und diese Interessen hat, auch an sowas zu denken, das finde ich auch ganz toll von dir. Das habe ich, ja, ja. Das hast du immer gehabt. Ja, ja, du bist ja auch eine... Deshalb habe ich ja dieses Ding super Mama gegeben, ne? Das ist noch manchmal, ja, das kennt ihr ja auch, wie man so ist, wie man so sein kann mit unseren Verwandten, auch wenn wir die lieb haben, ne? Das ist doch manchmal so... Ja, und dann tue ich den Becher weg. Ja, hast du sauer. Dann hast du sauer. Ja, 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 ja. Aber, ja, da ist ja wirklich viel zu lernen, ne? Ich finde das gut, ne? Ich finde das gut. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Tschö. Liebe Grüße, ne? Bis später, ne? Irgendwann, wann die Zeit gekommen ist, ne? Und mal, ne? Schöne Zeit, ne? Tollen Mai, ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. Klimatik. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.